Diese ist meine Version eines zusätzlichen Halters für den Klappschaft der AEA HP Max. So wird er angebracht und soll wie auch andere am Markt erhältliche Versionen die Schulterstütze am Gewehr halten. Das Türkis dient nur der besseren Darstellung. Verkauft wird es in Schwarz. Mit eingeschobenem Schaft ist das kein Problem. Aber nach einigen Tests kann ich sagen, da versagen schon einige anderen Versionen. Was, wenn der Schaft auf volle Länge ausgezogen ist? Für meinen Halter kein Problem. Nun habe ich aber auch diesen Halter für ein zusätzliches Magazin in meinem Shop. Und bei ausgezogener Stütze ist die Hebelwirkung recht groß. Ich habe das Magazin mal mit schweren Grizzlies geladen. Knapp 60 Gramm. Mit dem langen Hebel der voll ausgezogenen Schulterstütze kein Problem. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen meiner Version und was man sonst so bekommt? Es sind die Magnete. Anstelle kleiner und schwacher Magnete setze ich auf Magnete, welche zusammen über 10 Kilogramm Tagkraft haben. Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen und sollte sorgsam umgegangen werden. Das ist schon ein riesiger Unterschied. Zusätzlich verklebe ich die Magnete nicht. Und speziell nicht in Richtung der magnetischen Kraft. Es sind jeweils zwei zusammen seitlich eingebaut. Und das sorgt selbst mit dem zusätzlichen Gewicht und ausgezogenem Schaft noch dafür, dass der Schaft angezogen wird. Wie gesagt, Türkis war nur als Kontrastfarbe während der Entwicklung. Geliefert wird in schwarz.